Willkommen zu einem anderen ASMR Video. Hi. Nicht wundern, dieses Video wird auf Deutsch sein. Das wurde sich gewünscht und ich hatte Lust dazu. Deswegen gibt es heute ein deutsches ASMR Video. Es ist sehr 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 ungewohnt für mich, plötzlich Deutsch zu sprechen, weil ich bisher immer nur englische Videos gemacht habe. Und ein bisschen komme ich mir so vor, als ob ich plötzlich kein Deutsch mehr könnte. Wenn ich es hinbekomme, wird dieses Video Untertitel haben für die englischsprachigen Zuschauer. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, das wurde sich gewünscht, dass ich auch mal ein Video auf Deutsch mache. Und deswegen habe ich mir überlegt, suche ich ein paar Trigger raus, die ich dann jetzt benutzen kann. Und der erste ist dieser Lippenpflegestift. Von Eos. Der war in meinem Adventskalender drin. Ich sollte vielleicht die Kamera ein bisschen weiter runter machen. Damit ich nicht immer so halb verschwinde. So ist es besser. Ja gut. Da haben mich irgend ein Rückschgeitalter drin. IchULO Gebüchseыхörer thrown. Only kannst du irgendeinen Reis auf số Altes aus dem viendo. Ist mein erster Tag durch deine Nachwett vor demlesen? Ich kann mich auf whenever ich es leal für. 먹어� molecular sein oder Camping schlaufen. Was dieses B shocked zu haben? und den kann man aufdrehen, ganz einfach so. Und wenn man ihn aufgedreht hat, dann ist da drin so eine Kugel aus Lippenpflegezeugs. Und wenn man ihn aufgedreht hat, dann ist da drin so eine Kugel aus Lippenpflegezeugs. Und ich benutze den eigentlich täglich. Weil ich es überhaupt nicht mag, wenn ich trockene Lippen habe. Deswegen gehört Labello und Lippenpflegestüfte generell zu meiner täglichen Ausstattung. Und ich habe auch immer einen in der Schule mit dabei. Auch wenn der hier ehrlich gesagt sehr viel Platz in meinem Dream wegnimmt, weil der so eine doofe Form hat. Weil einer, der so stabförmig ist, der gliedert sich zwischen den Stiften besser ein. Ich habe nämlich so ein Schlampermäppchen, Mäppchen, Mäppchen, wo alles einfach nur drin liegt. Und der hat dafür eine ungünstige Form. Und dann machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Cricker. Und der ist von meinem Kalender. Ich habe nämlich einen Holzkalender, wo man Würfel drehen kann. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video gezeigt. Und da gibt es diese Blöcke mit den Monaten. Das ist jetzt für euch leider spiegelverkehrt. Aber da stehen die Monate drauf. Nur leider vergesse ich immer, den jeden Tag zu ändern. Deswegen war es bei mir drei Monate lang Juni. Und jetzt ist es seit dem 3. August der 3. August, weil ich es nicht geändert habe seitdem. Weil ich zu faul bin und es immer vergesse. Und meistens ändere ich das dann so einmal im Monat. Weil ich einfach nicht daran denke. Ich habe nur einen Kalender, an dem man denkt. Und in meiner Uhr ist eine Datumsanzeige drin. So eine kleine Zahl. Und weil ich da nie hingucke, wo der Holzkalender steht, vergesse ich immer, den zu ändern. So einele комп obviamente. Ja. So eine gute Frage. Vielleicht ändere ich das dann heute mal, wenn ich das alles wieder wegräume. Mal gucken, ob ich dran denke. Und jetzt habe ich einen Trigger. Der ist ungewöhnlich klein im Vergleich zu seiner normalen Größe. Und das ist nämlich eine Miniatur-Staffelei mit einem Miniatur-Gemälde drauf. Und das habe ich gemalt mit Acrylfarben. Ich finde das so niedlich. Das sieht so niedlich aus. Und ich habe mir noch mehr Miniatur-Leinwände gekauft und dann kann ich die auch bemalen und kann das dann immer austauschen. Und dieses Gemälde zeigt einem. Ein Lavendelfeld und im Hintergrund befindet sich ein Baum. Und am Himmel sind ein paar Wolken. Ich finde so Lavendelfelder unfassbar schön. Und ich möchte unbedingt mal eins besuchen. Nicht unbedingt durchgehen, aber daneben stehen und sowas im echten Leben sehen. Ich versuche mir heute echt die Anglizismen zu verkneifen. Obwohl ich, wenn ich Deutsch rede, sonst in jedem zweiten Satz einen Anglizismus mit reinwerfe. Ich glaube, mit meinen Freunden rede ich fast so halb Englisch, halb Deutsch, was albern ist, weil wir alle Deutsch sind. Aber, äh, naja, eigentlich machen wir das noch vor Snap. Wenn wir uns Nachrichten schreiben, dann immer so halb Englisch, halb Deutsch. Ein bisschen Denglisch. Und man kann das ein bisschen sehen, dass das Bild nicht glänzt. Ich wollte da nämlich eigentlich noch so einen Lack oder Gloss drauf machen, damit das Bild schön glänzt. Aber da ist leider etwas von diesem Lack im Gewinde des Glases eingetrocknet. Deswegen kriege ich das Glas nicht mehr auf. Und mein Vater kriegt es auch nicht auf. Und wir haben Angst, dass wir das Glas kaputt machen. Und weil wir keine Splitter überall haben, wollen lassen wir es lieber. Und das Bild ist matt. Und es geht weiter mit Tapping. Gibt es ein deutsches Wort für Tapping? Es geht weiter mit Tapping. Aber nicht mehr mit den Fingernägeln. Sondern ein bisschen mit den Fingerkuppen. Und das hier ist nämlich von diesem Kopfhörerkabel die Pappe, weil das rollt man auf. Und steckt es da durch. Eigentlich sind das nämlich Bluetooth-Kopfhörer. Aber das Kabel war dabei. Und weil das meine besten Kopfhörer sind, nehme ich die, wenn ich mit dem Blue Yeti aufnehme. Damit ich mich selbst hören kann. Weil ich das ziemlich cool finde. Aber das klappt. Das war's. Vielen Dank. Und ich habe jetzt noch einen letzten Trigger. Den ich schon mal benutzt habe, als ich noch mein altes Mikro hatte. Und das ist eine sehr gut riechende Creme von Rechance. Und dann mache ich jetzt ein bisschen Lotion-Sounds oder Creme-Geräusche. Auf Englisch klingt dann einfach alles besser. Ich kann es jetzt schon riechen. Und dieser Geruch ist einfach himmlisch. Das riecht so gut. Da steht drauf, Rice Milk and Cherry Blossom. Also Reismilch und ja, Kirschblüten. Kirschblüten, okay. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. wasser Vielen Dank. Draußen ist glühende Hitze. Mir ist am ganzen Körper warm und ich cremiere die Hände ein, als ob es tiefster Winter wäre. XMR-Tists be like. XMR-Tists be like. XMR-Tists be like. So, und ein bisschen was für dich. Nur ein bisschen. So, und ich hoffe, dass du jetzt eine ganz, ganz tolle Nacht haben wirst und etwas Schönes träumst und gut schläfst. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu meinem nächsten Video auf Englisch wieder. Guten Nacht. Tschüss. 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 Link in description to my channel, if you don't want to miss any videos. Bye.